Sieht mal, genau wie Pritta gesagt hat, wenn du deinen Glitzer funkeln lässt, berührt das alle Wesen um dich herum. Hört ihr auch diese Musik? Ich glaube ja. Ist das das Lied der Stadt? Wenn ja, dann gefällt's mir. Wisst ihr, ich vermisse das alte Wunderwald, aber das neue gefällt mir immer besser. Das sollte euch gut über die ersten paar Tage bringen. Du hast geglitzert. Sprint, sieh dir das mal an. Äh, Sprint? Ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht, die ganzen Cupcakes aufzufuttern. Und deswegen werdet ihr morgen früher aufstehen und genauso viele nachbacken, wie ihr heute gegessen habt. In Ordnung? Ja, ja, ja. Leute, wer hätte das gedacht? Der erste Tag in der neuen Stadt? Und wir haben schon Freunde und eine Wohnung gefunden und haben uns auf dem Markt eingedeckt. Uns geht's richtig gut. idez drive seat Quadrant mit drei höhlehen. All right.